Servus und hallo, zurück zu ZXPENSE. Episode 1 haben wir abgeschlossen, dann machen wir weiter, würde ich sagen, ne? So, hoffen wir, dass er richtig geht. Bitte, Kamina, mach das nicht! Ich werde alles tun, alles tun! Ich versuche es! Oder Vorschau, oder... Ich hab keine Ahnung, was da los ist. Kahn! Cut it! Holy cunts! Oh, son of a cock-sucking whore! Verlota! Oh, shit! Wie lange, bis die Piraten zurück in Rang sind? Eine Stunde, vielleicht zwei, aufgrund der Verlangenheit. Gleiches als das letzte Mal. Und die Zeit bevor das? Und die Zeit bevor das! Okay. Handlungsanschluss ist irgendwie... Wie geht's dir? Ich bin nicht derjenige, die wir uns überdenken müssen. So, ähm... Zuletzt war ja irgendwie... Ähm... Wir warten wie viele, wir warten wie viele in der letzten Folge, glaube ich. Und jetzt hier... Naja, machen wir mal weiter. Naja, schauen wir mal weiter. Bis jetzt hat's mir Spaß gemacht. Shouldn't be possible. ETA, eight minutes. They must have increased their burn this time. Don't these Pashangwallas rest? Humans rest. Pirates are fucking animals. We need to do something about your arm. Virgil has the medbay prepped and ready. It's fine. Hardly hurts anymore. We're outgunned and nearly out of fuel. Unless we come up with a plan to shake them soon, infection's gonna be the least of my problems. Dann. What do you think we should do? What do I think we should do? Besides find ourselves a captain who knows how to make decisions? I was asking your opinion. My opinion is that there is no good option. Whatever you choose will be wrong. And it's your fucking job to choose, captain. Coordinates, 82, 14. What are we looking at? Fuck if I know. It's a ship's graveyard. Debris field. Caught an orbit around that body. There's nothing registered there. How do you know? Back when I was MCRN, there were reports of a proxy battle right around here with UNN forces. Never confirmed, but seemed legit. Or much more likely, it's some solar backscatter, radiation cluttering, or any other fucking thing. Okay. Yeah, good. Yeah, sure, ma'am. How sure are you? Jeez, after the last few days, I'm not sure I could tell the difference between a pistol grip ratchet and a flex head. 80%. New plan. We run for cover. In there. Don't work, boss man. If we break their lock, they'll be able to track our drive plume. There won't be a drive plume. We burn hard for here first, then cut engine and turn into orbit. Let it carry us around until we land in the debris. Slingshot. Fuck yes. Could work. If there is actually something there. Stations! Con! On my word, loose a PDC volley. Then turn and burn. And you gotta do it again. So, Ugh. 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 5G 6G Turning Now Hoffentlich kein Quicktime Event jetzt, weil das werde versauen. We have landed in the Debris Field. 6G 7G 7G 8G 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 Ja, komischer Anschluss an die letzte Folge, aber gut. Wir haben viel Zeit. Die Piraten suchen uns, und wir können wiederholen und mehr Reaktion massen. Arlen? Verrottner und ich gehen und starten. Kapitän, ich bin bereit für die Begründung. As soon as Kahn ist bereit. Verrottner. 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 Die Begründung ist bereit. Ist der Patient bereit? Okay, aber du musst damit, dass Dr. Dippschluss nicht die falsche Arme entfernt ist. Etwas aggressiv, die Frau, ne? Die Steuerfrau. Kleines bisschen. Karp, Scanners aren't picking up any signs of fuel. Keep looking. Meantime, I'll go for their reaction mass. Genau, wieder Weltraumspaziergang. Das wird ganz furchtbar. What a mess. What got Earth and Mars so worked out? Einigermaßen. Who knows? Hopefully they all got some reaction mass on board, though. Weiter. Was? Wo willst du hin? Ja. Damn. The blast doors to the Laguna are locked down. I'm not sure if there's a way to open them. Always a way through. If you got enough explosives. Go check out the other ships. I'll see what I can rig up. You want to use explosives to blast through a blast door. Guess that could work. Yeah. Yeah. Wo hin? Hinter. I can't even tell which ship is which. It's all blasted to for Lothar. There's definitely more scrap here than a few ships can account for. Maya was right. This was a full-on proxy battle. With a Belter ship at the center. Okay. Da. Hier hinter. Steuerung geht echt, wenn wir die Empfindlichkeit halt so massiv runterschrauft. scharft. Sonst keine Chance. Ja, wie kommen wir jetzt da runter? Die Navigation hier, ein Traum. Das ist irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Spielzeitstreckung, oder? Aber jetzt ist ja schön, ich will ja nicht nur mehr können. Spannende? Du hast wahrscheinlich gesehen, die Baratna sind ein bisschen... ...edgy, heute. Rei, dein Bruder hat einen Angst, Pacheng Waller, seit meinem ersten Tag an Bord. Die Zielanzeige springt halt rum wie... Okay, wohin? Ja. Der Witz. Man gewohnt sich dann die Navigation, also das im Schwerelosen. Aber das Schöne ist halt wirklich nicht. Wo hin? Ah, da ist nur so toll. Ich habe einen Bruder hier. Entschuldigung! Der fliegt uns die ganze Zeit nach, warum... ...tut ihr das Zeug nicht? Ja. Ich habe alles geholfen. Ich habe alles geholfen. Ich habe alles geholfen. Geh zurück zu der Le Guin und check es raus. Ich habe es. Ich hoffe, wir finden genug Reaktion Mask zu kommen. Und dann was? Wir gehen treasure-hunting? Ja. Du denkst, die Co-ordinaten gehen irgendwoher interessant? Nee, er ist zu langsam. In dem Medizim VR... Mit dem V habe ich noch nicht verstanden, aber gut. Medizin... Indienix... Gibt es nicht. Da. Ja. Ja, woher haben wir jetzt plötzlich die Spreng-Dings? Wenn wir die andere Tür aufspringen können. Jetzt können wir die ganze Station sehen, was passiert mit den Traitern, die den O.P.A. zu den Ineern. Ich bin in. Gut. Und nun? Wohin? Wo muss sie hin? Hier. Tür. Nein. Die Zielmarkierung. Die warst mich doch. Nie, der Schwo sehr stark. Einmal das Blasto. Paschen... Wasp. Ihr habt neben dir noch ein paar Explosiven. Warst du bitte. Ohneute. Ich sollte die Lockdown-Controls von der Brache erreichen. Sieht gut vorläufig, Kap. Ich könnte noch weitere Explosiven. Erstens korreifende. zur brücke muss irgendwie oder so leuchtet doch was wo muss ich hin wird doch gerade was von der brücke gesagt aber wobei der großartig kreiert im weltraum echt war kann ich nur hin muss die zielmarkierung ist ganz einfach vergessen er öffne die tür in der lee green ja wunderbar jetzt liegt mal irgendwo hin jetzt scheint sie wieder zu gehen die navigation abriegelungssteuerung nur wieder zurück finden und er ist dahinten oder ich glaube schon hier haben wir noch Ich brauche eine Halle, um das zu den Twins zu passen. Ja, dann mach. Ja, dann mach. Ich habe einen anderen Barsen. Barsen, los! Oh, was die Inni sagen. Oh, was die Inni sagen. Oh, Touchdown! Wooo! Touchdown, nein. Ich habe etwas radiation von einem nebenheren Schiff, Manitoba. Scanner zeigt, dass die Ingenie im Takt ist. Vielleicht ein paar Pellets, auch. Nein, das ist der nahen Barsen. Du wirst verschwunden. Ihr zwei geht zurück in die Artemis. Jeder bleibt auf dem Schiff. Aber seid bereit, mich auf meinem Auto zu holen. Ja. Müssen wir jetzt dann weiter draußen rumfliegen? Hm. Anscheinend. ... 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 Das nächste Mal geht es weiter würde ich sagen. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.